Herr Lieske, als Mitglied der Geschäftsleitung bei Computer Center verantworten Sie den Public-Sektor. Was sind Ihre Erfahrungen mit diesem speziellen Kundensegment? Ja, im Public-Sektor betreuen wir sowohl Bundes-, Landes- als auch Kommunalbehörden. Auch wenn es sich bei all diesen Kunden um öffentliche Verwaltung handelt, sind die Ziele und Aufgaben durchaus sehr unterschiedlich. Und der Unterschied zu Kunden der Privatwirtschaft ist sicherlich, dass bei unseren Kunden der Geschäftszweck das Allgemeinwohl der Gesellschaft ist. Und insofern begegnen uns ein paar besondere Anforderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften, wie beispielsweise ein spezielles Vergaberecht, aber auch besondere Anforderungen in Bezug auf Datensouveränität und Sicherheit. Und genau aus dem Grund haben wir seit 2005 einen eigenen Geschäftsbereich gegründet. Wir wollten unsere Kunden besser verstehen und die Sprache unserer Kunden sprechen. Und dieser bundesweite Geschäftsbereich mit weit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versucht tagtäglich unsere Kunden zufriedenzustellen. Was bedeutet das konkret für Ihre Kunden? Ja, wir pflegen zu den allermeisten unserer Kunden eine langjährige Geschäftsbeziehung und daher kennen wir unsere Kunden sehr, sehr genau und auch ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Und unsere Kunden wissen auch sehr genau, was sie von uns erwarten dürfen. Wir sind nicht nur ein Lieferant, sondern wir verstehen uns durchaus als End-to-End-Dienstleister, der als zuverlässiger Partner unsere Kunden unterstützt bei der Digitalisierung der Verwaltung. Wie profitieren die Kunden davon? Hier würde ich gerne zwei Aspekte betonen. Zum einen ist es unser breites Portfolio. Es gibt sicherlich kaum jemanden am Markt, der so ein breites Portfolio im Bereich IT-Infrastruktur aufweist, wie Computer Center. Sei es Beratung, Softwareentwicklung, Implementierung oder auch Betrieb. Und das am Arbeitsplatz, im Rechenzentrum, im Netzwerk und das natürlich alles hochsicher. Zum zweiten möchte ich aber auch unsere Erfahrungen betonen. Es gibt uns seit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber genauso wie Kunden der Privatwirtschaft. Und das mit über 3000 Consultants, Engineers und Projektmanagern in Deutschland, die tagtäglich unsere Kunden dabei unterstützen, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen öffentliche Auftraggeber. Und das mit über 30 Jahren am Markt und wir betreuen. Vielen Dank.